Sie sind hier, 11. August 2018, 13.52 Uhr, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern, bald wieder vereint. Thomas Tuchel will aus Mane Dembele offenbar unbedingt nach Paris holen. Urheberrecht geht die Images. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in Dortmund hat Thomas Tuchel Weltmeister aus Mane Dembele vom FC Barcelona nicht vergessen und will ihn nach Paris lützen. Thomas Tuchel lässt nicht locker. Der neue Trainer von Paris Saint-Germain will seinen ehemaligen Schützling aus Mane Dembele vom FC Barcelona unbedingt nach Frankreich locken. Laut Mundo Deportivo hat Tuchel den Kampf um Dembele noch lange nicht aufgegeben, obwohl sowohl Bassa als auch der französische Nationalspieler selbst erklärt hatten, eine weitere Saison zusammenarbeiten zu wollen. Jetzt wollen sich die Katalanen die PSG-Offerte aber anhören, meldet Mundo Deportivo. Offenbar sei man bereit, Dembele bei einem lukrativen Angebot ziehen zu lassen. Punkt. Der Flügelflitzer, mit dem Tuchel eine Saison gelang erfolgreich bei Borussia Dortmund zusammengearbeitet hatte, war 2017 für 115 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt. Über seinen Ex-Trainer sagte Dembele einst, Thomas Tuchel ist für mich einer der drei besten Trainer der Welt, zusammen mit Zinedine Zidane und Pep Guardiola. Punkt. 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 Punkt.